Ernst Jakobi ist ein deutscher Theater- und Filmschauspieler sowie Hörbuch- und Synchronsprecher. Leben und Wirken Jakobi entdeckte schon früh seine Leidenschaft für das Schauspiel und startete seine künstlerische Laufbahn beim Rundfunk, wo er als 1,4-Jähriger Sprechrollen beim RIAS in Berlin-Schöneberg erhielt. Nach seinem Abitur absolvierte er ab 1951 eine dreijährige Schauspielausbildung an der Max-Reinhard-Schule für Schauspiel in Berlin und studierte. Anschließend bei Jacques Lecoq an der Star-Gedet-Soul-E-Mime in Paris und London. Während seiner Schauspielausbildung erhielt Jakobi sein erstes Bühnenengagement am Berliner Heppel-Theater und debütierte in Shakespeare's Die, lustigen Weiber von Winzer unter der Regie von Rudolf Nülte. Weitere Theaterstationen waren unter anderem das Theater am Kurfürstendamm, die Tribüne und das Schiller-Theater in Berlin sowie Hamburg und München. Im Jahr 1977 folgte er einem Ruf an das Wiener Burgtheater, dem er bis 1984 angehörte. Ab 1987 wurde für fünf Jahre das Zürcher Schauspielhaus seine künstlerische Heimat. Jakobi startete seine Fernsehkarriere Anfang der 1950er Jahre mit Beginn der ersten Versuchssendungen und spielte Haupt- und Nebenrollen in Stücken, wie Die glücklichen Tage. Zum Film kam Ernst Jakobi er Ende der 1950er Jahre und trat anfangs mit kleineren Rollen in Kinofilmen wie Hans Quests musikalischer Komödie Die große Chance und Gerd Oswalds Krimi am Tag. Als der Regen kam in Erscheinung, in Volker Schlöndorff Schgras Adaption Die Blechtrommel spielte er an der Seite von David Benend, Mario Adolf und Bertha Driffs die Rolle des Gauleiters Löbsack. In den 1960er Jahren konzentrierte Jakobi sich verstärkt auf seine Fernseharbeit und wirkte unter anderem in Literaturverfilmungen mit, darunter in Rolf Hedrichs Ost-West-Geschichte Nachruf auf Jürgen Tranche sowie in Filmen wie Bauern, Bonzen und Bomben und Heiner Kippatsch Leben des schizophrenen Dichters Alexander Merz, in dem er 1975 die Titelrolle übernahm. Für seine Leistung wurde Ernst Jakobi im gleichen Jahr mit dem Prix Italia gewürdigt. Im Jahr 1976 erhielt er für seine Interpretation des Alexander Merz von der Berliner Akademie der Künste den Berliner Kunstpreis. Im Jahr 1983 spielte Jakobi Jakob Fuger im TV-Mehrteiler vom Webstuhl zur Weltmacht, der die Geschichte der Augsburger Handelsdynastie erzählt. Von März bis November 2011 verkörperte er die Rolle des Konstantin von Walden in der ARD-Telenovela Rote Rosen. Jakobi ist in verschiedenen Hörbuch- und Hörspielproduktionen zu hören. B. Ken Folletz die Säulen der Erde Donnerwee, Kosti Päpstin oder als Herr Sellers in Ireland nach Ted Williams. Auch als Synchronsprecher war Jakobi tätig, so gab er Z.B. Michael Moriarty als Sturmbannführer Erik Dorf im TV-Mehrteiler Holocaust. Die Geschichte der Familie weiß seine Stimme. Er ist auch in einigen deutschen Fassungen von Disney-Filmen zu hören, etwa als die Titelfigur in Peter Pan. Auch sprach er Christopher Lloyd als Doc Brown in Zurück in die Zukunft. Jakobi war in dem Film Das Weiße Band eine deutsche Kindergeschichte als Erzähler zu hören. Filmografie 1957 Spielbankaffäre 1961 Heute gehen wir bummeln 1962 Nachruf auf Jürgen Tränke 1972 Tatort, wenn Steine sprechen 1973 Bauern, Bonzen und Bomben 1975 Leben des schizophrenen Dichters Alexander Merz 1975 Tadellöser und Wolf 1975 Derrick 1980 Tatort Herzjagd 1981 Deutschland Bleiche Mutter 1983 Vom Webstuhl zur Weltmacht 1985 Tatort Ordnung ist das halbe Sterben 1988 Die Bertiness 1988 Bastard 1996 1996 Zerrissene Herzen Pierre Bourgette Pierre Bourgette Der Pass Regie Joachim Staritz 1999 Ken Follett Die Säulen der Erde Regie Leonard Koppelmann WDR 2001 Josef Josef Ignaz Zykraschewski Gräfin Kausel Regie Walter Niklaus MDR 2007 Matthias Schamp Der Aufstand in den Sinsscheißebergwerken Regie Beate Andres 2003 Julis Fern 20.000 Meilen unter den Meeren Regie Walter Adler 2011 WG Sebald Austerlitz Regie Stefan Karnes 2013 Gunnar Gunnarsson Schwarze Vögel Regie Judith Lorenz